In diesem Video beschreibe ich dir das Krankheitsbild der schizoaffektiven Störung. Die schizoaffektive Störung ist eine psychische Störung, die sowohl Symptome der Schizophrenie als auch der bipolaren affektiven Störung in sich vereint. Zusätzlich zu den Stimmungsbeschwerden durch eine affektive Störung, wie Depression oder Manie, treten hier Symptome wie Wahn oder Halluzinationen aus dem schizophrenen Formkreis auf. Dabei kann man schizomanische, schizodepressive und gemischte Formen unterscheiden. Der Verlauf kann phasisch, also in wechselnden Episoden oder aber auch chronifizierend mit sogenannten Residualsymptomen sein, also mit einer anhaltenden Beeinträchtigung. Schizomanische Episoden sollen eine etwas günstigere Prognose als die schizodepressive Verlaufsform aufweisen, die offenbar häufiger zu einer Chronifizierung neigt. Es herrscht noch keine klare Übereinkunft darüber, ob dieses Krankheitssyndrom hinsichtlich der biologischen Entstehung und Behandlungsoptionen wirklich eine eigenständige Kategorie bilden sollte. Durch bildgebende Verfahren sind bisher, wie bei den meisten psychischen Krankheiten, keine Veränderungen im Gehirn der Betroffenen erkennbar. Eine schwere affektive Störung kann ebenfalls psychotische Symptome einschließen, jedoch ist dabei der auftretende Wahninhalt meist passend, also Symptüm, zur depressiven bzw. manischen Stimmungslage. Bei einer Depression kann der Betroffene z.B. an Schuldwahn leiden, ich habe irgendeine Schuld auf mich geladen, die ich niemals in Ordnung bringen kann, oder auch an Verarmungswahn, ich werde kein Geld mehr haben und verhungern, oder einem sogenannten nihilistischen Wahn, es gibt gar nichts mehr. Auch ein Beziehungswahn, Eifersuchtswahn und Verfolgungswahn gehören noch zu einer schweren depressiven Episode mit psychotischen Symptomen. Um laut ICD-10 von einer schizoaffektiven Störung sprechen zu können, muss neben dem Vorlieben einer affektiven Störung eines der folgenden Kriterien während derselben Störungsepisode erfüllt sein und darf nicht durch eine organische Krankheit oder psychoaktive Substanzen bedingt sein. Ich-Störungen, wie z.B. Gedankenlautwerden, Gedankeneingebungen, Gedankenentzug oder auch Gedankenausbreitung, ein Kontrollwahn, Beeinflussungswahn oder Gefühl des Gemachten, kommentierende oder dialogisierende Stimmen oder auch anhaltender, kulturell unangemessener, bizarrer und völlig unrealistischer Wahn, also nicht nur Größen- oder Verfolgungswahn. Oder eben auch ein Danebenreden, zerfahrene Sprache und Neologismen, das Neubilden von Wörtern, oder auch katatone Symptome wie Haltungsstereotypien, wechsame Biegsamkeit oder Negativismus. Die Abgrenzung zur Schizophrenie fällt oftmals schwer, da eine Schizophrenie fast immer auch mit affektiven Symptomen einhergeht. Für die Diagnosestellung ist hier auch die Art und Schwere der Negativsymptomatik entscheidend. Die Therapie einer schizoaffektiven Störung richtet sich nach der Symptomatik. Die Verhinderung neuer Krankheitsphasen besteht überwiegend in der Kombination eines Phasenprophylaktikums mit einem atypischen Neuroleptikum. Seltener wird ein modernes Neuroleptikum allein prophylaktisch eingesetzt. Sollten Antidepressive eingesetzt werden, muss die Gabe aufgrund der Gefahr einer Zunahme psychotischer und manischer Symptome vorsichtig erfolgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017